Herzlich Willkommen! Wir geben Ihnen hier im ersten Teil einen Überblick über die Kursinhalte des Diplomlehrgangs. Im zweiten Video zeigen Ihnen einige Absolventinnen die praktische Anwendung ausgewählter Methoden aus dem Lehrgang, die wir Energetiker einsetzen, damit man im Fluss bleibt und damit die Lebensenergie wieder frei fließen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020